Dies ist die Geschichte von drei Kindern, die das erste Mal in ihrem Leben von einer komplett fremden Person betreut werden. Es ist die Geschichte von ihren Erfolgen und ihren Schwierigkeiten. Wir haben die drei Kleinen, ihre Eltern und ihre Bezugspersonen in Dresden München und Hamburg begleitet. Wie reagieren die Beteiligten? Was denken sie über das Konzept der Eingewöhnung und welche Erfahrungen machen sie während dieses Prozesses? Emil in Dresden rennt bereits durch die Räume. Josef in München muss das Krabbeln noch lernen und Jakob in Hamburg lernte während des Filmdrehs sogar das Laufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020